Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der ÜEi-Kanal. Mein Name ist Gunnar und ihr könnt schon sehen, heute habe ich euch mal wieder drei Kinderüberraschungseier mitgebracht, die ich gemeinsam mit T-Rex, den beiden Dinosauriern, hier öffnen möchte. Und ihr könnt schon sehen, mit so ein bisschen Hilfe durch den Dino habe ich das erste Ei schon mal aufgemacht. Ja, der mag nämlich Schokolade, von daher war das gar kein Problem. Also, wir schauen mal, was sich hier in dem ersten Überraschungsei befindet. Das sieht aus wie ein Panda, genau, und das ist nicht irgendein Panda, nein, das ist eine Figur aus dem Film Kung Fu Panda 3. Ihr wisst vielleicht, das gab es mal so vor einiger Zeit, einen Film Kung Fu Panda. Wer von euch hat denn den Film gesehen? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Der Film ist ja auch schon so ein bisschen älter. Witzig ist auf jeden Fall, dass es dazu auch Überraschungseier gibt. Ich verfüttere den Panda jetzt trotzdem mal in den Saurier und zeige euch nochmal ganz schnell den Flyer dazu, den kleinen Zettel. Und da könnt ihr schon sehen, das sind also die verschiedenen Panda-Figuren, die man hier bekommen kann. Und wir haben offensichtlich Bao, eine Figur von Kung Fu Panda. So, also, das ist das zweite Kinderüberraschungsei. Na, da brauche ich wieder Hilfe durch Dino. Der knackt das Ganze jetzt mal wieder auf. Okay. So, sehr gut. Ich mache jetzt auch mal die Kapsel auf. Und hier im Hintergrund, da ist mal wieder so ein kleiner Dinosaurier-Fight, ein kleiner Kampf in Gange. Na, der hat sich schon wieder ein bisschen beruhigt. Ja, was haben wir hier? Das sieht nicht aus wie eine Figur von Kung Fu Panda. Nein, das ist ein Pinsel. Ein Pinsel mit zwei Farbtöpfen. Der Pinsel selber sieht aus wie ein Frosch. Ich muss aufpassen, dass er hier nicht aufgefressen wird. Oder ich muss auch aufpassen, dass ich nicht aufgefressen werde. Ein Dino hat natürlich ziemlich scharfe Zähne. Also, wie gesagt, hier unten ist ein Pinsel dran. Kann man so in die Farbe reinhalten. Da braucht man, glaube ich, Wasser dazu. Egal, der Frosch wird verfüttert. Da stecke ich einfach mal direkt in das Maul von den Saurier. Und wir gucken nochmal ganz kurz hier rein. Also, wie gesagt, ein froschförmiger Pinsel mit Farbe. Gibt es in verschiedenen Farben. Wir haben die orange-rote Variante. Naja, egal. Letztes und drittes Überraschungsei für heute. Wieder ein Kinderüberraschungsei. Und diesmal hilft mir jetzt der andere Saurier, der andere Dino. Oh, und naja, natürlich der auch nochmal. Will jeder was von der Schokolade? Ja, und wir gucken mal nach. Oh, was haben wir denn hier? Weiß ich noch gar nicht, was das hier eigentlich ist. Ah, doch. Das könnte auch eine Figur von Kung Fu Panda sein. Auch wenn das so eine Sache ist, die so, ich sag mal, so ein bisschen billig aussieht. Das ist keine richtige Figur. Aber, naja, immerhin hat man sich die Mühe gemacht, hier einen Aufkleber von einem Panda drauf zu kleben. Ist schon mal okay. Kommt irgendwie aus der Serie Kung Fu Panda 3. Aber, naja, ich hab schon bessere Figuren gesehen. Gefällt mir trotzdem ganz gut. Also, Leute, ich zeig euch nochmal hier diesen Flyer. Wie gesagt, das sind die verschiedenen Figuren, die man bekommen kann. Und wir haben diese hier, Action Poe. Na gut. Also, was hat euch am besten gefallen? Mir hat das erste Überraschungsei mit dem Panda am besten gefallen. Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn ihr den UI-Kanal mögt, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn wir gemeinsam Überraschungseier, Blindbags und Spielzeug auspacken. Tschüss!